Naja, egal. Wir gehen wieder in Animus. Start klar. Ist er nicht süß? Naja, eigentlich nicht. Egal. B-Knopf drücken, um den Gegner zu packen. Aha. Gut. Wir werden jetzt ein paar Sachen erledigen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Fangen wir mal an. Und ja, ich brauch gar nicht die Karte aufzurufen, denn ich weiß, womit wir anfangen. Wir fangen nämlich hier mit an. Ja, renovieren. B-B-B-B-B-B-B-B, wunderbar. Mal sprechen, bitte. Wir wollen eine Waffe. Nein, 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 nein. Wir wollen eine Armbrust. Für 12.000 kann ich mir nicht leisten. Scheiße. Die brauche ich alle noch. Ich weiß, ich weiß. Die werde ich alle noch gebrauchen. Geschäftsaufträge. Treue. Dieses Geschäfts... Umsatz-Offiziers... Aha. Okay, dafür brauche ich mich jetzt die verschiedenen Sachen. Investitionen. Ja, ich gehe mal zu ihm... Ich suche mal eben eine Bank. Da haben wir eine Bank. Weil dieser Bank hätte ich gerne Geld. Geld abheben. Reicht aber immer noch nicht. Scheiße. Warum haut der denn ab? Warum haut der ab? Ich will wissen, wer das ist. Ein Typ, den ich rammen soll. Das war irgendwie doof. Da oben ist er. Ah, da, da. Was soll das? Hallo. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Was machst du da jetzt hier? Was sollst du den Ram? Und weg mit dir. Cool. Das war ja... Also, der hat mir gerade das restliche Geld beschert. Für die Armbrust. Danke. Sehr nett von dir. Finde ich etwa dazu so was hier. Sehr schön. Dann haben wir wohl jetzt, glaube ich, das Geld zusammen. Um mal bitte eine Armbrust zu kaufen. Danke. Wirklich kaufen. Ja, Armbrust. Das soll ja ganz toll sein. Die Armbrust. Empfiehlt mich euren Freunden. Apropos. Da haben wir die Armbrust. Ja, die Armbrust werde ich mich jetzt mal... Habe ich denn jetzt geschafft? So. Hier ist noch das. Das noch unten. Genau. So. Äh, kurze Neuaufnahme. Und nun starten wir uns mit. Das ist ja eine gute Frage. Wir werden uns jetzt, glaube ich, die nächste Hauptmission vorne unternehmen. Oder machen wir uns erst die Türme... Ah, warte, warte, warte. Wisst ihr was? Wir holen uns erst diesen Aussichtspol. Ähm. Gut, 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 gut. Wo ist denn die zweite Hauptaufgabe? Ach, die ist da unten. Hm. Dann holen wir uns zuerst... Ach, wisst ihr was? Holen wir uns zuerst den Punkt... Der ist relativ weit in dieser Richtung. Das heißt, wenn wir jetzt ein Pferd uns bestellen... Pferd. Ah, da bist du ja schon. Ja, eben den Sound gucken. So, okay. Scheint wieder noch zu sein. Es tut mir leid für die letzten drei Parts. Ähm, da war mein Mikro etwas sehr komisch eingestellt. Tut mir sehr leid, konnte ich nicht wirklich was für. Oh, 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 oh. Ja, super. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Oh, 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 oh. Ich will jetzt nicht das Pferd wechseln, hier. Hast du gerade Idiot zu mir gesagt? Soll ich dich umbringen? Soll ich dich umbringen? Nein, ich bin natürlich nicht, ich bin ja ein lieber Mensch. Oh, 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 oh. Hier bin ich auch falsch. Okay, das wird irgendwie nichts. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, anbauen wir mal. Nein, ich hab leider gerade gar kein Geld, weil ich mir gerade eine Armbrust gekauft habe. So leid es mir für euch tut. Ähm, ich hab allerdings auch keine Ahnung, wie gut diese Armbrust ist. Vielleicht sollte ich das mal irgendwo ausprobieren. Ich würde eigentlich nur kurz das Pferd haben. Danke. Achso, das ist irgendwie... Oh, es fängt wieder an zu regnen, wunderbar. Ich muss, hab gleich Fahrstunde. Und jetzt fängt es tatsächlich wieder an zu regnen. Schön. Wie immer. Naja, egal. Ähm, ist das ein Kurier? Ich würde behaupten, dass das ein Kurier ist. Oh, irgendwie ja nicht. Schade für ihn. Egal. Oh, jetzt hört auf zu regnen hier. So. Ach, da ist schon ein Aussichtsturm. Der ist hier. Ach, im... Oh, haha, im Colosseum. Witzig. Andiamo! Äh, wie kommen wir denn da hin? Das ist eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann. Ja, jetzt fängt es richtig an zu regnen. Auch cool. Also, dieser Aussichtsturm, ich weiß nicht, wie ich ihn richtig erreichen kann. Deswegen lassen wir das erstmal. Und ich gehe direkt weiter. in Richtung Bolscherturm. Wunderschön. Ah, da haben wir doch schon ein schönes Pferd. Hallo, Süße. Runter mit dir. Nein, 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 doch. Ähm. Reiten wir da lang. Wir sind schon im Sperrgebiet von dem Turm. Auch gut. Oh, das sieht aber gut bewacht aus. So, probieren wir das mal eben aus. Es hagelt. Warum hagelt es? Okay, die beiden sind schon mal hin. Ah, wie mache ich das denn jetzt? Was ist denn hier? Da kann ich nicht hin. Ähm. Wie mache ich das denn jetzt? Ich will den schwarz. Genau, den will ich haben. Und los geht's. Da kommt einer bitte vor. Zack. Zack. Und euch alle weg. Mit den dicken... ...und schon Desynchronisation oder was? So, damit ich den hier in Ruhe ausplönern kann. Also, da dürfen wir nicht lang. Das ist doch scheiße. Ja, weil das ist doch scheiße.